Hallo zusammen da draußen. Ein kleiner Ausflug mit John Lennon. Die Mädchen mit meinem Keyboard habe ich mir vorher aufgenommen in dem Sequencer, in dem Chordsequencer, damit ich beide Hände frei habe für die Uhr und das Mikrofon. Und das Ganze habe ich mit der Seidel Chrom eingespielt. Vielleicht gefällt es euch etwas improvisiert, wie es mir gerade in die Nase kam. Einige, die mich kennen, die wissen ja schon, manchmal piept es ein bisschen dabei, weil nicht wie der Ton immer so getroffen wird. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik 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 Musik